Aber ich muss da schon auch noch mal, ich meine, ich finde das ja mega cool, dass du und Kim jetzt einen Podcast macht. Kann ich mir das so ein bisschen schäbig komplett auf die Fahne schreiben? Also, weil ich merke schon so allmählich, dass kaum, dass ich Kalle einmal im GameStar-Podcast hatte, geht kurz darauf der Tweet raus. Ey, voll geil, Podcasting, habe ich jetzt auch Bock. Kaum, dass du zwei, dreimal im Podcast warst, kommt, ja, ich mache jetzt auch einen mit Kim. Also, es ist einfach Podcasten mit mir so toll, dass danach alle Leute unbedingt Podcasts machen wollen. Also, tatsächlich war Podcasten mit dir wirklich sehr, sehr toll. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich noch mal zum Podcasten kommen, weil das einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist jetzt eine viel zu nette Antwort, als ich für diese arrogante Frage verdient habe. Hallo. Hallo. Ich war ganz frech. Weißt du, was ich noch gemacht habe? Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir Eis geholt. Geil. Ich bin so glücklich. Ich habe Cookie-Doo-Eis. Wow. Ben & Jerry Cookie-Doo. Jetzt bin ich neun-eidisch. Ja, ich liebe gerade Vergangenheits-Pia, die sich einfach bei ihrer letzten Burger-Bestellung gedacht hat, ich komme eh nicht zum Supermarkt, ich bin noch nicht genau über der Mindestbestellgrenze. Ich verzichte auf einmal mehr Pommes und hole mir einmal mehr Cookie-Doo-Eis. Und das war eine gute Entscheidung. Das ist in der Tat eine sehr gute Entscheidung, würde ich behaupten. Ja. Ja. Gut. Übrigens hast du dir schon die Patch-Notes durchgelesen. Wir haben ja ein riesiges Update bekommen. Was ist passiert? Es gibt ein paar relevante Infos. Mehr oder weniger läuft es darauf raus, dass wir ab jetzt, wenn wir wollen, die Portal-Mechanik komplett ignorieren können. Dankeschön, Johanna für den Prime-Sub, Dankeschön, Locker vom Hocker für den Prime-Sub, Dankeschön, Trulli für die 15 Monate. Es gibt ja dieses Schutzgebäude, dieses Gebäude mit den gekreuzten Fackeln, was vor Seuchen schützt, was du bislang nie gebaut hast, weil es immer egal war. Das sorgt jetzt einfach dafür, dass in der Provinz keine Portale mehr erscheinen können. Oh, was? Oh, krass. Das heißt, du kannst jetzt selber bestimmen, wo die Portale kommen und wo nicht. Und das Zweite ist, dass wenn eine KI-Fraktion vier Seelen hat, dann war es ja bislang immer so, dass du sie abfangen konntest. Und dann können sie 15 Runden nicht mehr das neu versuchen. Jetzt ist es so, wenn du sie abfängst, verlieren sie alle vier Seelen. Was? Dann müssen sie komplett neu sammeln. Das heißt, ab jetzt ist es komplett egal, ob wir langsamer sind als die KI oder nicht. Weil wir können uns immer in der Schmiede der Seelen parken, den Typen abfangen und ihn komplett aus dem Rennen werfen. Was für eine gute Änderung. Holy shit. Hallo, Kleppi. Das heißt, ab jetzt können wir deutlich entspannter spielen, wenn wir wollen. Was für eine gute Änderung. Holy shit. Also, no shit finde ich eine sehr, sehr gute Änderung. Finde ich eine gute Lösung, eine gute Entscheidung. Ich bin so in der Mitte. Ich finde es tatsächlich fast schon übertrieben. Also, ich hätte, weil, wenn du ihnen quasi halt direkt alle vier Seelen mit einer Schlacht nimmst, ist es halt wirklich ab jetzt komplett irrelevant, das Seelenrennen. Ich hätte, glaube ich, irgendwie eher gemacht, dass man vielleicht ein oder zwei nur verliert. Gleichzeitig verstehe ich aber, warum sie es gemacht haben, weil das Seelenrennen ja wirklich irgendwie alle doof fanden. Und sie brauchten, glaube ich, eine harte Lösung. Ja. Ich finde es schon ein bisschen schade, dass sie irgendwie immer nur hinkriegen, entweder ist die Mechanik komplett nervig oder komplett egal. Das war ja beim Vortex auch schon so im Zweier. Und ich hätte es mal cool gefunden, wenn sie es mal hinkriegen. Wir haben eine storybasierte, zielbasierte Kampagne, die trotzdem sich cool und frei spielen lässt. Und das haben sie immer noch nicht geschafft. Ich finde es trotzdem besser als vorher, absolut. Aber ein Mittelweg wäre noch cool gewesen, glaube ich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ey, Mods, habt ihr mich auf Total War Warhammer 1 gestellt? Fast. Fast richtig. Auch ein gutes Spiel? Auch ein gutes Spiel, ja. Auch ein gutes Spiel, aber nie unser Spiel heute. Das stimmt, das ist richtig. Das ist sehr richtig. So, ich muss gerade mal wieder orientieren, wie der Feldzug gegen die Ogre verläuft. Ja, wir waren auf 1 auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch gerade geguckt. Hallo, Lysoro. Alles gut. Dankeschön, Salmanen, für den Prime Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, nee, vom Wechseln vom Sub. Dankeschön. Hat auch eine recht starke Armee. Mussten wir regenerieren auch. Und er hier könnte da hoch. Dankeschön, Bobby. Für den Prime. Vielen lieben Dank. Ja, sehr lieb. Dankeschön, Dankeschön. So, was war denn jetzt meine letzte, mein letzter Ausgangspunkt? Ich überlege gerade, wo sind meine Armeen, wo sind meine Aufgabenbereiche? Ich habe hier eine, ach, wir sind ja auch schon am Ende unseres Zuges, glaube ich, gewesen hier gerade. Aber auch nicht ganz, ne? Wollte ich das angreifen? Hast du schon den Überblick wiedergefunden, wie bei dir der Stand der Lage ist? Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir bei den ganzen einzelnen Dingen gedacht habe. Also, ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Das, aber wird schon, wird schon funktionieren. Denke ich. Ja, das kriegen wir schon irgendwie alles. Wird schon, wird schon wieder alles klappen. Ach, ich habe so eine ganz furchtbare, erbärmliche kleine Karawane. Ja, aber ich arbeite ja dran, dass jede Karawane ab jetzt wieder durchkommt, weil, weil die Ogre einfach bezwungen werden. Das klingt großartig. Und wir uns nie wieder Stress machen können. Das ist ja so ein bisschen der Plan hier. Und dann sollte man sich auch mal ein bisschen gucken, wo man jetzt die, die Schutzgebäude hinbaut. Baust du welche? Ich hätte die nicht gebaut. Ja, ich würde schon, in ein paar Provinzen brauche ich eigentlich keine Portale. Hier in... Aber XP. Kostenloser Kampf XP. Das stimmt natürlich. Ich meine, gut, du hast auch, ähm, du hast ja auch, ähm, die ganzen Ogre. Ich habe ja keine Grenzen. Das stimmt, das stimmt. Ich muss mir meine Feinde künstlich schaffen. Was auch, äh... Ich meine, aber die, das ist ja moralisch voll okay, weil die kommen ja von sich aus, ne? Und dass man sie dann abmetzelt, ist ja voll vertretbar. Ja. Muss man schon so sagen. Absolut. So, ich denke vielleicht hier mal eins rein. Existieren Dämonen eigentlich nur, um Leid zu verursachen? Ich glaubst du, würden sie es wahrscheinlich nicht definieren, aber eigentlich schon. Mhm. Aber dann muss man doch Dämonen keine Rechte einräumen, oder? Nee, absolut nicht. Also gar nicht. Gut man ja auch nicht wirklich, ne? Also, wer hat schon mal einem Dämonen irgendein Recht eingeräumt? Quasi wie Leute auf Twitter. Naja. Wow. Wow. Das, äh... Das ist ne... Es ist keine komplett falsche Ansage eigentlich, oder? Na, also... Hm-mm. 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 Schwierig. Hm, wir da... Lassen wir das mal als hm im Raum stehen. Ja, lassen wir es am besten mal, äh... Lass uns lieber weiter über Ablassbriefe und so reden. Das ist ein moralischer Boden, in dem wir uns auskennen. Im Gegenteil, Dämonen existieren nicht dazu, liegt halt nur in ihrer Natur. Würdest du den Tiger hassen? Naja, aber der Tiger jagt ja, um zu fressen und um zu überleben. Und Dämonen agieren ja, um Leid zu erzeugen und weil sie sich an dem Leid ergötzen. Sie brauchen das Leid ja nicht, um zu bestehen. Das stimmt. Ist es was anderes? Wenn sie das Leid brauchen, wenn Dämonen von dem Leid der Menschen leben, muss man ihnen dann moralisch erlauben, dieses Leid weiter fortzuführen? Das ist, finde ich, eine, tatsächlich eine in Fantasy interessante moralische Frage. Ich finde, du musst es ihnen nicht erlauben, weil es gibt ja dann schon sowas wie Eigeninteresse auf dieser Welt. Also, aber gleichzeitig ist es schon zum Beispiel, wie moralisch verwerflich sind Vampire wirklich? sie haben halt einfach auch ein bisschen das Pech, dass sie in einem Zustand existieren, in dem sie Blut brauchen. Das heißt aber ja nicht, dass du dich von ihnen töten lassen musst dafür. Weil es ist ja nicht dein Problem, dass sie das brauchen, erst mal. Oder wie siehst du das? Absolut. Also, ich finde, das ist halt, ich finde, das ist halt mega das moralische Dilemma, weil man müsste ja eigentlich, also wenn Dämonen von annähernd menschlicher oder humanoider intelligent sind, dann sollte man Dämonen ja grundsätzlich die gleichen Rechte zusprechen wie anderen humanoiden Geschöpfen. Wenn jetzt aber, also ich glaube, dass einfach diese moralische und philosophische Frage rund um die Rechte und Freiheiten von zum Beispiel Dämonen oder Vampiren, ich glaube, dass das mit unserer grundsätzlichen Vorstellung von Recht und Moral gar nicht beantwortbar ist, weil wir immer von einem Grundsatz ausgehen, in dem Menschen quasi die Basis sind und unsere Einstellungen und unsere moralischen Vorstellungen sind der Kern, auf dem wir philosophieren. Weil wir ja, also wir profitieren ja eigentlich nicht vom Leid. Leid in unserer Welt erzeugt nur mehr Leid. Aber nach diesen Rechnungen funktioniert das ja nicht mit allen Geschöpfen, wenn man der Fantasy glaubt. Also inwiefern, also es ist ganz schwer, kann man einen Dämon als Böse deklarieren, wenn er Leid braucht, um sich davon zu ernähren? Ist es dann moralisch verwerflich? Muss ich das dulden? Muss ich das dulden? Es ist ganz super wild so, weil ich kann ja nicht, ich kann ja nicht sagen, etwas ist böse, nur weil es seinem Urtrieb des Existierens folgt. Und wenn er das Leid braucht, um zu existieren, dann ist er ja nicht böse, nur weil er existieren will. Auch wenn das für andere Schaden anrichtet. Es ist Katastrophe. Ja, also ich würde es tatsächlich so definieren, dass, also man kann ihn nicht unbedingt moralisch verdammen dafür, aber rein pragmatisch betrachtet sind wir halt dann an einem Punkt, wo unser beider ureigene Selbstinteresse halt aufeinander prallt und ich bin nicht moralisch verpflichtet zu leiden, damit etwas anderes existieren kann. Genauso wenig, wie ich dazu verpflichtet bin, mich von einem Wolf reißen zu lassen, weil der Fleisch zum Leben braucht. Ich würde den Wolf auch nicht moralisch verdammen dafür, dass er auf die Jagd geht, aber da treffen wir halt dann aufeinander und ich kann sagen, nein, Wolf, also kann ich nicht, weil ein Wolf mich fertig machen würde, aber angenommen, ich hätte vielleicht irgendwie eine Pistole dabei oder sowas und könnte sie benutzen, wäre ich jetzt nicht verpflichtet, mich vom Wolf reißen zu lassen, weil er sonst verhungert. Nee, verpflichtet nicht, aber ist der Wolf böse, ist die Frage. Nee, der Wolf ist nicht böse. Also sind Dämonen auch nicht böse? Das ist eine gute Frage, ne? Also das kommt eben darauf an, ob sie auch anders existieren können. 35 Monate, ey, holy shit, vielen Dank. Und Dankeschön, Edward, für die zwei Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und wie rational sie ihre Entscheidung, also sind sie überhaupt dazu in der Lage, du kannst ja erst böse sein, wenn du überhaupt dazu in der Lage bist, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Deswegen kann ja auch schon der Wolf nicht böse sein, weil er kann ja gar nicht argumentieren, es wäre liebenswürdiger, Vegetarier zu werden, zum Beispiel. Mhm. Ja, das könnte ich auch eine ganze Podcast-Folge damit aufnehmen. Eine ganze Podcast-Folge nur darüber, ist ein Dämon böse? Ja, ja, also ich sehe schon, wir arbeiten hier gerade ein sehr albernes Podcast-Format aus. War es albern. Ja. So, jetzt haben wir hier mal wieder Ogre, die angreifen, aber ich glaube, die müssten wir doch kriegen. Das sind die grundlegenden, wichtigen Fragen unserer Welt. Ja, grundlegend ist erstmal, dass wir hier einen heldenhaften Sieg gegen Ogre-Plünderer bekommen. Aber ich finde tatsächlich oft, dass es manchmal interessant ist, ähm, solche, solche Fantasy-moralischen Fragen auch, weil ich, die werden ja manchmal benutzt, um, um Echtweltparallelen zu haben. Mhm. Zum Beispiel auch Witcher, Elfen, Rassismus und solche Sachen. Und manchmal funktioniert das gut, ich finde manchmal aber auch weniger. Ich finde zum Beispiel, das ganze moralische Gleichnis der X-Men, wo ja immer sehr, die werden ja oft hergezogen, auch als Parallele für Homosexuelle zum Beispiel, also für Gruppen, die halt ausgegrenzt werden. Ähm, und ich finde die X-Men funktionieren aber überhaupt nicht danach, weil die ganze Grundprämisse von Gleichheit und Toleranz ist ja eben, dass wir nicht fundamental unterschiedlich sind, je nach sexueller Vorliebe, nach Hautfarbe oder so. Das unterscheidet uns nicht auf eine Art und Weise, die beeinflussen sollte, wie wir als Menschen miteinander agieren. Aber wenn dein Nachbar einfach angeboren Pistolenhände hat, dann finde ich, funktioniert das Gleichnis, der ist ja auch nur wie du, du solltest ihn nicht ausgrenzen, funktioniert halt null. Findest du? Weil, also, es ist ja, also, ich bin, ich wäre ja eigentlich schon zum Beispiel für Waffenkontrollgesetze, also ich würde ja auch nicht wollen, dass der Nachbar neben mir sich einfach eine Panzerfaust kaufen kann und, und genauso würde ich jetzt nicht, ich würde, also zum Beispiel, würde man neben Cyclops wohnen wollen, wenn der Typ einfach mal vergisst, seine Brille aufzuziehen, ist die ganze Nachbarschaft weg? Ist es moralisch schlecht, so jemanden anders zu behandeln, als jemanden, der seine Brille auch mal vergessen kann und dann sind nicht alle im Umfeld tot? Ich finde, das funktioniert jetzt nicht als Gleichnis für, also, das ist was anderes als jemand, der eine andere Hautfarbe hat oder sowas. Ich finde, dieses Gleichnis funktioniert immer sehr, finde ich, sehr strapaziert, sage ich mal. Also, es ist jetzt nicht, es entspricht nicht meiner Meinung, den sage ich mal an der Stelle ganz hart, aber einfach nur, um diese Diskussion weiter zu spinnen, aber nach der Argumentation funktioniert ja eine Welt der Gleichnis nicht, in der Männer nach 22 Uhr rausgehen dürfen. Weil statistisch gesehen... Das ist gerade jetzt bei mir klingelt, das habe ich jetzt nicht so getimt, ich bin gleich wieder da. Maurice flieht aus der Diskussion. Ja, ja. Ist okay, ich nehme das nicht persönlich. Nein, Dennis. Hängt das Thema, Maurice, du musst mal ganz kurz weg, wie oft passiert das? Die richtige Frage ist, wann kommt er wieder? Nein, Dennis. Kommt er überhaupt wieder? Ich erkläre die Aussage gleich nochmal in Ruhe. Ich erkläre die Aussage gleich nochmal komplett in Ruhe. Ich warte nur, bis Maurice wieder da ist. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Was ich jetzt an Diskussionen verpasst habe, in diesem sehr schlecht getimten Lieferung. Ich habe nicht weiter diskutiert, ich habe gewartet tatsächlich. Also worauf ich hinaus möchte ist, mit meiner sehr provokanten, wie gesagt, Aussage, die ich nicht unterstütze, aber grundsätzlich, um den Vergleich zu ziehen, mit der Aussage, aber nach der Argumentation dürften Männer ja nach 22 Uhr das Haus nicht verlassen. Und dann, rein statistisch gesehen, werden fast alle Gewalttaten auf offener Straße von Männern verübt. Nur weil statistisch gesehen die körperliche Überlegenheit einer Person dazu verleitet, als Waffe für eine andere Person betrachtet werden zu können, steht es uns nicht zu, sie zu diskriminieren. Weil dann müsste ich in dem gleichen Atemzug, wie du Pistolenhände als Waffe wahrnimmst, könnte ich sagen, ich nehme jeden Mann, der mehr als 30 Kilogramm mehr als ich hat, als Waffe wahr, weil er mich auch ohne Pistolenhände mit seinen Fäusten ohne Probleme töten kann. Und statistisch gesehen die größte Gefahr, die ich als Frau erlebe, in meinem Alltag in Zentraleuropa ein gewalttätiger Partner sein könnte. Aber nur weil ich die körperliche Fähigkeit dazu habe, Schaden anzurichten, darf man noch nicht so mit mir umgehen, als hätte ich den Schaden angerichtet oder als würde ich den Schaden anrichten wollen. Und deswegen funktioniert die Rechnung nicht. Stimmt, ist aber, finde ich, schon nochmal eine Frage des, also du hast ja in diesen Fantasy-Allegorien, hast du ja wirklich Leute, die wandelnde Massenvernichtungswaffen sind. Ja. Und derlei Dinge werden ja tatsächlich auch in echt reguliert. Naja, wieso? Es ging ja gerade um die Dudes mit den Waffenhänden. Das stimmt, aber es geht ja noch weiter, zum Beispiel nehmen wir an Magneto. Magneto oder sowas. Würde man Magneto wirklich, also würdest du dich wohlfühlen mit Magneto als Nachbar? Würde ich mich wohlfühlen mit einem männlichen Alkoholiker als Nachbar, der mir jeden Tag am Abend auf dem Heimweg im Treppenhaus begegnet und mich anpöbelt? Vermutlich nicht, aber das gibt mir halt immer noch nicht das Recht, von ihm zu verlangen, umzuziehen. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Also das ist halt, also ich glaube, die Problematik oder dieses Dilemma ist halt, wenn ich mich unwohl fühle, ist das alleine noch nicht ausreichend, um die Freiheit einer anderen Person einzuschränken. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Dilemma, das wir ja auch wirklich in unserer Gesellschaft haben, mit, dass es ja auch ganz akut und direkt Fälle gibt von Frauen, die zum Beispiel sagen, Yo, mein Exfreund stellt mir nach, mein Exfreund stellt mir nach, ich habe Angst vor dem. Und du kannst halt, bis was passiert ist, kannst du aber nichts machen, weil du kannst niemanden für etwas verurteilen oder einschränken, was diese Person noch nicht getan hat. Und da ist, glaube ich, das Extrema dahinter ist ja egal, weil Leid ist nicht messbar. Ob du eine Person tötest oder fünf Personen tötest, natürlich ist es ein Massenmörder dann, aber grundsätzlich ist ja das Leid der Familien, der Hinterbliebenen ist ja nicht messbar. Und du kannst ja Menschenleben nicht aufwiegen, du kannst Menschenleben nicht messen. Also ganz hart gesprochen dürfte vier Tote oder fünf Tote von der Schützenswertigkeit in unserer Gesellschaft keinen Unterschied machen, weil ein Toter ist bereits zu viel. Aber du kannst immer erst dann reagieren, wenn was passiert ist oder wenn du mit Sicherheit sagen kannst, dass was passieren wird. Du kannst nicht sagen, das Risiko ist da, also sperren wir den weg. Also nicht schon ab einem Punkt, ja, aber da muss ja schon, also da muss halt mehr sein als die körperliche Fähigkeit, weil wenn Magneto oder irgendein anderer Superheld eine super verantwortungsbewusste Person ist, die sich ja auch selber dem bewusst ist, mit was für einer Macht sie da lebt oder existiert, dann fühle ich mich neben Magneto wahrscheinlich wohler, als neben jemandem, der auch nur ein Zehntel so stark ist, aber genauso viel Schaden anrichten kann und sich dem halt nicht bewusst ist. Und ganz hart gesprochen, auch jeder Normalo kann, wenn einer in ein Auto steigt, mindestens eine Person töten damit. Und, also, ne, das macht's halt so kompliziert. Wir brauchen echt einen moralischen Podcast anscheinend. Tatsächlich ist auch, ich fand es auch, also, was da auch Teil dessen war, worauf ich hinaus wollte. Oh Gott, Rückgängigkeit, rückgängig, nicht Rückgängigkeit, Rückzug. Rückgängigkeit, okay, wo wirst du angegriffen? Ich wurde nicht angegriffen, ich wollte angreifen und es war ein bisschen zu motiviert, sag ich einfach mal. Oh, okay. Hast du erst noch grad so für Vernunft und Ratio plädiert hier und als nächstes, oh, verdammt, ich bin voll in einen Massaker gerannt. Schnell weg, schnell weg. Ja, aber das sind ja auch, also, das sind ja auch da Dämonen, gegen die ich kämpfe, also. Das stimmt, wir haben ja, wobei, wir haben ja noch nicht final etabliert, ob es rechtmäßig ist, dass du das tust, ne? Also. Naja, gegen sie kämpfen, darf ich immer grundlegend, um meine Mauern zu verteidigen, unabhängig davon, ob ich sie als böse oder nicht böse deklariere. Es sind ja, also sie führen ja Invasionen in mein Land. Ja, aber wenn sie das brauchen, um zu überleben. Ah, mir wird ein Strick hier rausgedreht. Ja, natürlich, natürlich. Ich merke es. Ich habe inzwischen sehr viel Erfahrung, Leuten aus ihren Worten einen Strick zu drehen, weil mein Chat das ständig mit mir macht. Ah, jetzt ist der Chat schuld, aha. Ja, natürlich. Natürlich, okay, ja gut. Und, äh, ja, nee, worauf ich tatsächlich, ähm, auch primär hinaus wollte, ist, dass ich immer auch fand, dass halt Sachen wie halt, wie halt X-Men zum Beispiel, ich fand sie immer kein gutes Argument für Toleranz, weil halt gerade ja der Punkt ist, dass, dass andere Menschen nicht gefährlich sind, ähm, also in echt ist es ja gerade so, dass wir jemanden, der homosexuell ist oder schwarz ist oder was auch immer, nicht tolerieren sollten, obwohl er potenziell gefährlich ist wie ein X-Men, sondern weil er überhaupt nicht potenziell gefährlich ist, überhaupt nicht mehr als irgendwer anders, außer wie jeder Mensch halt potenziell gefährlich ist. Und deswegen fand ich diese, fand ich das immer irgendwie ein, ein sonderbares Argument, dass, dass diese Art von, von Fantasy damit macht, ähm, weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt. Äh, schon. Es wird mir auch gerade gesagt, um euer Thema geht's irgendwie in Moon Knight, äh, im Chat, also, wird es also gerade, äh, sogar behandelt in einer aktuellen, äh, Serie oder Film. Das fände ich interessant. Einen Monat kenne ich gar nicht tatsächlich. Auch relativ neu noch, ich habe es auch noch nicht gesehen, äh, hab ganz Gutes drüber gehört. Der Mitarbeiter im AKW, der Knöpfe drückt, ist aber noch gefährlicher. Jein. Ähm, also du kannst nicht einfach so in einen AKW gehen und das in die Luft jagen. Also, auch als Mitarbeiter in einem AKW funktioniert das alles nicht ganz so einfach, weil du da in erster Linie auch sehr viele, ähm, noch immer, ähm, automatisierte Prozesse hast, die auch vor allem heutzutage von PCs etc. geschützt werden. Oh, und damit ist meine letzte Karawane-Rip. Ähm, also so einfach ist es nicht. Wird doch gerade gesagt, dass Dragon Age dieses Thema sehr präsent hatte mit dem Magier-Zirkel. Stimmt, genau das. Dankeschön, Gitex, für die 14 Monate und ganz viel Spaß ja weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Das ist nicht, ich sag mal, es ist nicht das richtige Schlachtfeld, um das Toleranz-Argument vorzubringen, weil es komplett am, am Kern der Materie, finde ich, vorbeigeht. Dass halt die Leute, wo in echt die Debatte ist, ob wir sie tolerieren oder nicht, so blöd das klingt, das sind halt eben gerade nicht Leute, die die magische Kraft hätten, die Welt untergehen zu lassen. Das sind die kleinsten und schwächsten der Gesellschaft und ich finde es dann immer sehr komisch, wenn Fantasy das dann aufzieht als Toleranz anhand von Leuten mit apokalyptischen Kräften, weil das ist ja überhaupt nicht der Punkt in echt. Ich finde, das ist das beste Argument für die ganze Situation, dass sich die Toleranz-Debatte in unserer Welt ja wirklich damit auseinandergesetzt, dass Minderheiten quasi verteufelt werden und ihnen man Angst vor Minderheiten hat, die völlig unbegründet ist, weil eben nicht mehr Gewalt, nicht mehr Macht, nicht mehr Gefahr von ihnen ausgeht, wie du gesagt hast, und nicht, oh, die sind wirklich gefährlich, aber wir müssen sie trotzdem tolerieren. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das beste Argument, um zu sagen, das mit den Waffenhänden funktioniert nicht, weil das mit den Waffenhänden ja beinhaltet, dass die, um die es geht, ja wirklich körperlich uns überlegen sind und das ist es ja in der realen Welt meistens nicht. Genau, im Gegenteil ist es ja, das hatten wir ja neulich, wie gesagt, vier Transkinder in ganz Utah und deswegen wird ein Gesetz gemacht, dass die nicht beim Schulsport mitmachen dürfen oder so Zeugs. Also es ist ja genau das Gegenteil, du guckst dir die allerschwächsten an, auf denen du rumtrampeln kannst. Und dann trampelst du noch mehr darauf rum und machst sie noch schwächer. Genau, und in echt würden sich diese Leute ja nie trauen, ein Gesetz gegen Magneto zu erlassen, weil der sich wehren könnte. Ja, das stimmt. So, wir müssen das insofern kämpfen, weil der wollte mir hier Sachen wegnehmen und deswegen müssen wir ein paar Oger klatschen. Aber Maurice hat doch vorhin auch Witcher als Beispiel gebracht und potenziell sind doch Elfen und Zwergen auch deutlich mächtiger als Menschen. Elfen und Zwerge sind nicht deutlich mächtiger als Menschen im Witcher-Universum. Also vielleicht in einem anderen Universum, aber im Witcher-Universum tatsächlich nicht. Der größte Fehler unter Anführungszeichen, der im Witcher-Universum von Elfen, oder die Witcher-Lore geht prinzipiell davon aus, dass es quasi Magie gibt und die Magie wurde früher von Elfen praktiziert und Elfen haben Menschen gelehrt, auch diese Magie zu praktizieren. Und diese Menschen haben dann die Magie so weit manipuliert, dass sie für Elfen nicht mehr nutzbar ist. Zumindest erzählen sich das die Elfen. Die Menschen erzählen die Geschichte ein bisschen anders. Die Menschen behaupten nämlich, dass die Elfen einfach nicht sich angepasst hätten an die Zeit und sie einfach nicht bereit wären, mit der Zeit zu gehen. Und das größte Dilemma bei Elfen und Menschen hast du eigentlich, dass Menschen ein bisschen wie Ungeziefer agieren. Also die Menschen sind ein bisschen die Kanickel in der Witcher-Welt, wo du einfach die immer mehr werden und sich vermehren bis zum geht nicht mehr und durch ihre schiere Masse auch einfach andere Völker verdrängen, die verhältnismäßig viel, viel weniger Kinder bekommen und nicht aus so einer großen Masse bestehen. Also die sind nicht zwangsweise stärker oder schwächer. So, ich hab dir einfach mal die rechte Flanke gegeben. Würdest du sagen, das passt so? Ich würde sagen, das passt so. Ich würde sagen, wir gewinnen das. Jawohl. Hier meine Shortcuts noch ganz schnell setzen. Jawohl, ich bin bereit. Was nicht heißt, dass nicht die Dunkelelfen im Warhammer-Universum das Mächtigste von allen sind. Das stimmt natürlich. Es gibt nichts Mächtigeres. Und deswegen dürfen sie alles, haben wir ja schon interpretiert. Genau, genau. Deswegen dürfen sie andere Völker versklaven und ausrotten und in Blut baden und grausam sein, denn sie haben Stil. Ich finde es sehr schön, wie wir hier ein moralisches Spektrum, sag ich mal, abdecken in unseren Debatten. Das ist doch auch... Boah, ich hab so was Schönes in meinem Chat gerade gelesen und ich bin so stolz gerade auf meinen Chat. Silent Pio schreibt, in diesen Superkräften schwingt auch die Vorstellung mit, in diskriminierten Minderheiten würde ein Potenzial ungenutzt bleiben und die angebliche Mehrheit würde davon profitieren, sie nicht mehr zu diskriminieren. Ist auch ein bisschen billig. Und das ist so ein guter Punkt. Ja. Ja. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin tatsächlich überhaupt kein Fan von dieser Art von Story. Ich finde eben, wenn dann, sind solche Fantasy-Allegorien wie sie Witcher oder auch... Dragon Age macht es ja auch eben nicht nur mit Magien, sondern auch mit Elfen, die ja auch in Dragon Age überhaupt nicht... Die sind ja sehr wie in Witcher, die sind ja auch nicht mächtiger als Menschen, grundlegend. Das, finde ich, funktioniert halt viel besser. Witcher macht das, finde ich, ganz gut, ja. Ja, wobei ich mich da auch mal frage, ist es da dann wiederum, schwächt man das Argument oder macht man es irgendwie universeller und greifbarer, wenn man, sag ich mal, Fantasy-Minderheiten statt echter Minderheiten nimmt? Gut. Also braucht man dann noch Elfen in dieser Allegorie, wenn wir genug echte, normale Menschen haben, die man, wo man auch direkt sagen könnte, die sollte man nicht diskriminieren? Müssen wir den Umweg über, man sollte nicht gegen Elfen diskriminieren und deswegen sollte man auch nicht gegen Transmenschen diskriminieren zum Beispiel? Brauchen wir den? Da bin ich mir immer nicht sicher, was da der beste Weg ist. Ich glaube, also es wäre schön zu sagen, man braucht es nicht. Andererseits glaube ich, dass jede Geschichte, die sich auch auf eine nicht... Also ich sage einfach mal grundlegend, ich glaube, jede Storyline, die sich mit solchen wichtigen gesellschaftlichen und moralischen Fragen auseinandersetzt und versucht, in diesem Bereich zu bilden, brauchen wir und wollen wir. Egal, ob jetzt Elfen oder halt keine Elfen. Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich nicht falsch, diese Themen aufzugreifen und ist vielleicht, ich weiß nicht, ist es vielleicht, ich wollte, ich habe jetzt selber dazu geneigt zu sagen, ist die leichtere Art und Weise, das vielleicht Kindern näher zu bringen, aber ich habe auch das Gefühl, ich selber unterschätze Kinder in ihrem Verständnis von der Welt einfach maßlos, weil eigentlich brauchen Kinder keine Elfen, um sowas zu verstehen. Ja, das, ähm, ich bin bei dir, also ich sage auch gar nicht so, das ist irgendwie schlecht und man sollte es nicht machen. Ich fand mir auch so ein bisschen, erreicht es die Leute, die es erreichen sollte? Also gibt es irgendwen auf der Welt, der sich mal nach Witcher gedacht hat, okay, vorher war ich, was weiß ich, gegen Schwarze in meiner Nachbarschaft und jetzt bin ich dafür, weil die Elfenallegorie mir gezeigt hat, dass ich falsch lag. Passiert diese Transferleistung wirklich oder ist das nur wir eh schon Linksgesinnten, die Witcher gucken, sagen, ah, gute Botschaft? Boah, ich glaube, du möchtest mit sowas keine Hardliner treffen, sondern Leute, die keine Sensibilisierung dafür haben. Also ich glaube, du wirst jemanden, der mit einer Reichsflagge durch seine Nachbarschaft marschiert, wirst du sicher nicht mit Witcher überzeugen. Der wird eher sagen, was für ein Blödsinn. Und dann sind die Elfen auch noch schwarz und die haben noch Frauen, die reden dürfen. Ja, oh Gott. Oh Gott, ja. Wie, die steht nicht nur in der Küche. Bring mir mein Bier-Vibe. Also ich glaube, so jemanden wirst du nicht damit erreichen. Aber es gibt doch auch einfach, ich glaube, viele Menschen in unserer Gesellschaft haben einfach keine Kontaktpunkte. Ich bin nie aufgrund von meiner Herkunft rassistisch diskriminiert worden, noch nie. Und damit habe ich alles, was ich über Rassismus gelernt habe, habe ich durch Erzählungen, aber auch durch eben solche Analogien gelernt, eben halt noch als Kind oder als Jugendliche, als ich vorgelebt bekommen habe, was grausam ist und warum sowas grausam ist. Deswegen muss ich auch sagen, für mich ist ja auch total wild. Ich möchte dieses Thema jetzt gar nicht in zu groß reißen, weil ich glaube, mein Chat kriegt einen Anfall, wenn ich das mache. Aber ich verstand zum Beispiel auch nie, warum die Leute Harry Potter so massiv gefeiert haben, weil ich bei Harry Potter schon immer Thematiken hatte. beim Lesen, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich die Bücher nicht weiterlesen wollte, weil ich sie einfach völlig overrated fand, weil ich den Umgang in den Harry Potter Büchern mit manchen gesellschaftlichen Themen so schlecht fand, so dermaßen seicht und schlecht und nicht durchdacht, dass es da einfach andere Bücher gibt, die das halt wesentlich besser machen. Und ich glaube schon, dass das meine Art zu denken geprägt hat, dass ich das als Jugendliche gelesen habe und mich damit beschäftigt habe und dann auch wirklich so ein Moment, irgendwie liest sich das jetzt komisch, so Wipe hatte einfach. Ja, das ist, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, auch so ein bisschen, warum ich den nicht hatte, weil... Den Hype meinst du? Ne, diesen Moment, dass, okay, das ist doch irgendwie komisch, weil halt, also... Dankeschön, Philipp, für die zwölf Monate ein ganz viel Spaß bereitet an. Weil das ist die Hauselfengeschichte, ist halt einfach wirklich mega weird. Ja. Und, und... Aber du, irgendwie, du kaufst voll in diese Perspektive rein beim Lesen, also ich zumindest damals eben, du ja offensichtlich nicht, äh, credit to you, äh, die, das Narrativ findet Hermine ein bisschen komisch, dass sie sich da so drüber aufregt. Ähm, also hinterfrage ich das auch gar nicht so, weil ich finde Harry sympathisch, der findet das weird, ähm, ist halt so. Ähm, habe ich hinter mir auch gedacht, also, so, hä, so, aus heutiger Sicht ist das doch komisch, aber damals ist es mir nicht aufgefallen tatsächlich beim Lesen. Man muss sich, man muss auch nicht, man muss auch nicht zu hart mit sich selbst sein, dass dir als Zehnjähriger sowas vielleicht nicht auffällt, aber trotzdem ist es, äh, es ist schon irgendwie sonderbar, ne? Ähm... Ich glaube, mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich mich selber in der Situation der Hermine mehr wiedergefunden habe, als in der Situation von Harry Potter. Also, um es ganz, ganz grundlegend zusammenzufassen, weil mein Chat gerade fragt, was genau gemeint ist, also eines der banalsten Beispiele, ähm, für was Harry Potter in der Kritik steht, es gibt in den Büchern, wird sehr genau beschrieben, dass es eben Sklaven gibt in Form von Hauselfen. Und Hermine wird ein bisschen als Tor in die, also quasi als Tor zwischen der Muggel, also Menschenwelt und der Zauberwelt gesehen, weil sie als quasi Hexe, die aber bei Menschen aufgewachsen ist, Sklaverei total befremdlich findet, während die Zauberwelt halt sagt, ja, aber das war schon immer so. Und die wollen das doch auch. Und die wollen das auch so, genau. Und das ist nämlich das, es wird nämlich in Harry Potter wird halt Sklaverei der Hauselfen wirklich inhaltlich damit legitimiert, dass man sagt, die wollen das so und sie zu befreien wäre, damit würde man ihnen Unrecht tun, denn sie wollen Sklaven sein. Und du hast halt Dobby als das eine Beispiel, das ja mega glücklich ist. Der ist ja mega, mega glücklich, weil er befreit wird. Aber auch als Hermine ihn als Beispiel annennt, sagt Hagrid, ja, aber Dobby ist ein Weirdo. Und rechtfertigt halt damit, dass man ja nicht die gesamte Sklaverei kritisieren darf, nur weil ein einziger Hauself versklavt war. Und man, also J.K. Rowling schreibt es im Endeffekt so, es ist gut, wenn du einzelne Menschen aus ihrer Misere rettest, aber es ist schlecht, wenn du es strukturell verändern möchtest. Das heißt, Dobby alleine aus der Sklaverei befreien, gut. Sklaverei generell abschaffen, schlecht. Und du hast halt so ein extremes Beispiel, und das ist das, was mich am meisten getriggert hat, in der irgendwie im sechsten Band, ich glaube sechster oder fünfter Band, einer der, weil Hogwarts hat natürlich auch Sklaven, also Sklavenelfen, und einer der Professoren, es kommt halt raus, dass der seine Zaubertränke, die teilweise giftig und teilweise tödlich sind, an seinen Hauselfen aus Hogwarts testet und damit Hauselfen vergiftet und fast an den Hauselfen tötet. Und wir haben diese Szene, wo diese eine Hauself massiv leidet und Harry ist daneben und es ist unklar, ob er stirbt. Und der einzige Gedankengang, den Harry macht, denn wir lesen ja aus der Perspektive von Harry Potter, ist, oh Gott sei Dank ist Hermine nicht da, weil die wäre jetzt richtig nervig, wenn sie das sehen würde. Und das ist für mich die Problematik. Nicht, dass es um Sklaverei geht, nicht, dass es Sklaverei generell gibt, ich liebe Dark Fantasy, aber dass die logische Konsequenz, die J.K. Rowling schreibt, ist, Sklaverei ist nicht problematisch, weil jetzt hier fast ein Hauself verreckt, weil der will ja Sklave sein und das ist deswegen ja okay, dass wir den fast töten, sondern Hermine wäre nervig, wenn sie das sehen würde, weil die will ja sowieso Sklaverei abschaffen. Und sie löst die gesamte Storyline damit, dass sie sagt, okay, irgendwann wäre Hermine nicht mehr anstrengend, hat eingesehen, dass das eben halt was Strukturelles ist, das kann man nicht verändern. Also ist die Lösung des ganzen Themas, Hermine hört auf zu nerven, die Sklaverei bleibt, wir haben ein Weihnachtsfest und dann wird beschrieben, wie in dem Geburtshaus von dem Patenonkel von Harry, wie sie dann weihnachtlich in Stimmung kommen, das ganze Haus schmücken und Hermine und Ron und Harry einfach die ausgestopften Köpfe von ehemaligen Hauselfen-Sklaven mit Weihnachtsmülzen schmücken, um das Haus festlich zu machen. Und da ist mir alles hochgekommen. Das ist halt wirklich, das ist sehr absurd. Das ist so absurd, ne? Und das kommt halt in den, das ist nämlich so lustig, weil wenn ich das halt erzähle, sind die Leute so, hey bitte was? Das kommt noch nicht vor. Ja, weil die Filme so viel toleranter und besser mit dem Thema umgehen als die Bücher, weil die Filme gecheckt haben, wir können die Sklaverei so nicht umsetzen. Und das Einzige, was wir zur Sklaverei bringen, ist Dobby. Aber dass es in den Büchern noch eine weibliche Hauselfin gibt, die befreit wird und bei der dann spekuliert wird, ob man sie nicht wieder versklaven sollte, weil sie Alkoholikerin wird und depressiv wird und sich selbst töten möchte, weil sie keine Sklavin mehr sein kann. Also die Bücher sind wirklich morbide und ich glaube, viele Leute, die Harry Potter lieben, wenn sie jetzt als Erwachsene die Bücher nochmal von Scrap lesen würden, würden sie sagen, was ist das für eine Scheiße? Aber du hast es halt als Kind gelesen. Das heißt, die ganze Nostalgie fährt mit und deswegen liebst du die Erinnerung daran, denn du erinnerst dich nicht an die Hauselfenköpfe im Haus von Sirius Black. Du erinnerst dich an, oh mein Gott, und ich möchte Magie. Die hat mich echt nicht mehr im Kopf, bis du sie gerade eben erwähnt hast. Ja, es wird auch bei mir im Chat geschrieben, fand keiner die Schrumpfköpfe weird. Tatsächlich ich damals nicht, aber eigentlich ist es... Wait, what? Ja. Also ich möchte auch an der Stelle niemanden kritisieren, der Harry Potter mag und liebt. Überhaupt nicht. Ich bin damit auch aufgewachsen. Ich habe die Filme auch hundert Male gelesen. Ich finde es einfach nur wichtig und gut, wenn man sich halt mit solchen Themen auch einfach bewusst auseinandersetzt und halt darüber nachdenkt, weil das ist halt ein moralischer Grundkompass, den man halt Kindern in die Hände gibt. Und wenn man sagt, okay, uns hat es nichts beeinflusst, dann ist das super. Ich habe jetzt sehr viel darüber nachgedacht, ob ich möchte, dass mein kleiner Bruder mit Harry Potter aufwächst. Und ehrlich gesagt, vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ja, ich gucke mit ihm Harry Potter, wenn er alt genug ist. Und jetzt gerade bin ich voll in dem, nee, es ist einfach outdated. Also es entspricht nicht mehr meinem jetzigen moralischen Kompass und dem, was ich mir gesellschaftlich von einem Kinderbuch erwarte an Grundsatz und Grundphilosophie, der mitgebracht wird. Da muss es aktuellere und bessere Literatur geben. Bei Gott, schaut, liest die Filme weiter, spielt, wenn ihr wollt, die Spiele, aber ignoriert das halt nicht, ne? Es gibt ja auch wirklich einige Szenen, die auch ganz unabhängig davon so für sich genommen, zum Beispiel, dass Hagrid, wenn er Harry zum ersten Mal abholt, Dudley einen Schweineschwanz anzaubert. Das ist dadurch legitimisiert, dass, in Anführungszeichen, dass uns halt als Leser davor viel gezeigt wird, wie schlimm der ist, aber erstens mal legitimisiert dir das, also ein zehnjähriges Kind, das mobbt, das ist schlimm, aber körperliche permanente Entstellung ist damit noch nicht gerechtfertigt. Vor allem, der musste ja operiert werden, der musste operiert werden, damit dieses Schweinchen, damit ein erwachsener Mann hat einem Kind, das mobbt als Lektion, einen Schweineschwanz verpasst und das Kind musste deswegen operiert werden. Also das ist kein moralischer Kompass, nachdem du irgendwas legitimieren kannst. Und vor allem ist halt auch, was da noch dazukommt, ist, dass Hagrid, also selbst wenn du jetzt mal das, dass Hagrid weiß ja in dem Moment viel weniger als wir Leser. Ja. Hagrid weiß ja nicht mal, dass Dudley ein Arsch ist. Also eben, selbst wenn man ausklammert, dass Arschloch sein, das nicht recht wäre, Hagrid weiß das nicht. Er weiß nur, Dudley ist der Sohn von einem Arsch. Ja. Das ist alles, was er weiß. Und weil bei mir jetzt gerade im Chat geschrieben wird, als wollten die Bücher Moral vermitteln. Natürlich wollen sie das. Also liest ihr doch Harry Potter mal. Ja, natürlich. Nicht jedes Buch will Moral vermitteln, aber Harry Potter will und teilweise, witzigerweise, also macht ja auch manchmal Bestrebungen, Lektionen zu Toleranz zu vermitteln, was so die Schlammblutgeschichte und sowas. Aber natürlich will er, es will auch eine Geschichte erzählen, aber Voldemort wird später literally Wizard Hitler. Natürlich wollen diese Bücher eine Botschaft vermitteln. Und die ganze Voldemort-Debatte ist ja auch unfassbar kompliziert, weil man sich halt die Voldemort-Geschichte genauer anhört. Also die genaue Problematik von Voldemort ist ja, oder die Problematik, die J.K. Rowling beschreibt in ihren Büchern mit Voldemort, ist ja nicht, Voldemorts Grundprinzipien sind schlecht, sondern Voldemort übertreibt es mit den Grundprinzipien. Weil eigentlich ist die Politik, die das im Ministerium macht, Voldemort-Politik nur nicht ganz so extrem. Wir lassen die Menschen hungern, denn sie sollen halt hungern. Die Menschen werden den Zweiten Weltkrieg haben. Der Einzige, der jemals versuchen wollte, irgendwas zu machen, um den Zweiten Weltkrieg zu verhindern, war Grindelwald. Ich habe extrem viel Angst davor, in welche Richtung die fantastischen Tierwesen gehen werden, weil die Art und Weise, wie das gerade aufgearbeitet wird, also ich möchte eigentlich nicht, dass eine J.K. Rowling den Zweiten Weltkrieg in ihre Harry-Potter-Bücher aufarbeitet, weil ich glaube nicht, dass sie als Schriftstellerin gut genug ist, um das zu machen, ohne dort die nächste Vollkatastrophe loszutreten. Weil diese Thematiken einfach zu kompliziert sind und sie arbeitet diese Thematiken meines Erachtens nach einfach nicht gut auf. Und da hast du dann so Sachen wie eben, dass die Zauberwelt Angst hat, dass Voldemort andere Wesen auf seine Seite zieht, damit sie vor Voldemorts Sache kämpfen. Und dann geht es halt um Riesen und Zentaurinnen und andere Dinge. Und wenn du das liest, dann findest du halt raus, dass die Problematik darin besteht, dass Zauberer einfach alle Nicht-Zauberer diskriminieren und die einfach nicht die gleichen Rechte haben wie Zauberer. Und zwar völlig egal, ob es jetzt die Bankangestellten sind oder die Hauselfen oder die Riesen oder irgendwas anderes, was kein Zauberer ist. Nichts von diesen humanoiden Völkern hat die gleichen Rechte wie ein Zauberer. Und das ist die Grundlage, weswegen Voldemort die überhaupt erst aufwiegeln kann, um gegen die Zauberwelt zu kämpfen. Das heißt, die Grundmoral ist, Voldemort ist böse, Voldemort ist der Hitler-Zauberer, aber gleichzeitig kämpfen Völker, die diskriminiert werden, gegen ein Regime, das ihnen ihre Grundrechte wegnimmt. Und die Lösung und die Aufarbeitung ist, alles ist gut, alles bleibt, Voldemort ist weg, das Ministerium ist immer noch da, Harry Potter wird ein Aurora, geile Scheiße und wir diskriminieren alles, was nicht Zauberer ist, weiter, happy life, alle kriegen Kinder. Und das finde ich nicht schön gelöst. Also wenn Harry Potter geendet wäre mit und nichts ist gut, alleine wenn es geendet wäre mit Voldemort ist weg und nichts ist gut und alles bleibt, wie es ist, wäre ich zufrieden, aber dass es suggeriert, es ist gut, dass sich nichts verändert hat und alles so grausam bleibt, wie es ist, daran störe ich mich. Weil diesen moralischen Grundsatz kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, sehe ich das richtig, weil einiges davon habe ich auch neulich, hast du auch das Video von Sean dazu gesehen? Ja, ich habe das auch gesehen, nicht nur, aber auch, ja. Der hat ja auch sehr in die Richtung argumentiert. Ist sowieso ein cooler YouTube-Kanal. So. Es gibt übrigens auch ein ganz interessantes, also generell würde ich das, also grundsätzlich würde ich generell das Video von Sean zu dem Thema halt vorschlagen, weil der auch einfach sich die Mühe gemacht hat, wirklich die einzelnen Bücher alle Stück für Stück zu lesen und auch die dementsprechenden Sequenzen aus den Büchern halt rausgescreenshottet und in sein Video gepostet hat. Das heißt, diese ganzen, aber das ist gar nicht so, Kommentare, die ich in meinem Chat habe, fallen dann weg, weil dann hast du es einfach schwarz auf weiß. Also zum Beispiel auch eben diese, Hermine könnte ja eigentlich schwarz sein. Nee, irgendwie vierten Band, Kapitel zwei, wird sie ganz eindeutig als weißes Mädchen beschrieben. Keine Ahnung, ob J.K. Rowling das vergessen hat, was okay ist. Wenn du zwölf Bücher schreibst, vergisst du es vielleicht auch einfach, aber es stimmt halt einfach nicht. Scheint ja auch, dass der neue Film, aber auch abgesehen davon, auch einfach Crap zu sein scheint. Also der letzte auch schon, wie Dumbledores Geheimnisse, Dumbledores Geheimnisse. Tatsächlich ist bei mir so witzigerweise gerade die moralische Frage, will ich mir das noch angucken, die hat sich für mich schon im Grunde geklärt, bevor die ganze Thematik aufkam, weil ich schon den zweiten Film so eine qualitative Talfahrt für dieses ganze Universum fand, dass ich sowieso kein Interesse mehr hätte, das noch zu schauen. Aber werden die Auswirkungen des Kriegs in den Büchern nicht vollkommen ignoriert? Das bekommen doch alle einfach Kinder und dann ändert das Buch, ist ewig her, dass ich das gehört habe. Also, nee, nicht ganz, aber wie gesagt, das geht ja auch einfach nur um den Schlusssatz. Also, ich habe es ja gerade wortwörtlich auch unterzitiert. Also, vielleicht einfach nochmal kurz zurückscrollen, bevor ich mich jetzt 300 Mal wiederhole. Ist auch einfach ein schwieriges Thema, um das nebenbei zu machen. Erneut ein Argument für unsere eigene Podcast-Show. Ja. Aber, äh, aber ich meine, also ich finde, wir schlagen uns schon ganz gut dafür, dass wir nebenbei die Welt erobern, neben dem... Ich ziehe dich jetzt übrigens in eine Schlacht rein, ne? Okay, okay. Hallabettiger Eumel. So, so viel dazu. Ist das moralisch okay? Ja gut, entscheidender Sieg ist moralisch immer okay. Es steht vor deiner Haustür und ich habe es gerade für dich weggemacht, bevor es dich nervt. Also, ich würde sagen, ja. Das ist moralisch absolut einwandfrei. Das ist schön, das ist schön. Hat jetzt sogar gerade auch noch mein Finanzproblem für diese Runde gelöst, weil ich gerade gedacht habe, oh, verdammt, jetzt wird es gerade geldmäßig ein bisschen eng. Und schon spülst du mir die Früchte des Krieges in die Kasse. Dankeschön, Dankeschön. Dann kann ich mir sogar noch eine teurere Einheit jetzt kaufen. Das ist ja der Hammer. Also, ein bisschen muss ich sagen, störe ich mich jetzt an Leuten, die sagen, aber in allem, was schlecht ist, zwanghaft sehen. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass, wenn ich mir die Mühe mache, diese Sachen wirklich stückweit aufzuklären, aufzudröseln und auch darauf einzugehen, warum Dinge problematisch sind und sogar auch noch sage, dass du dir natürlich die Sachen trotzdem noch genießen kannst, wenn du es dir dann so einfach machst und sagst, ich will mich aber nicht selbstkritisch mit Kinderliteratur auseinandersetzen. Also, es hat ja nichts mit in allem etwas Negatives sehen zu tun. Aber Literatur ist halt einfach immer ein, also Bücher und Geschichten haben immer einen, auch einen pädagogischen Wert und einen uns prägenden Wert und sind auch immer ein Spiegel unserer Weltanschauung und unserer Gesellschaft oder zumindest ein Spiegel der Weltanschauung des Autoren. Du kannst solche Dinge nicht komplett voneinander trennen. Und gerade, dass eine J.K. Rowling das nicht komplett voneinander trennen kann, merkst du dann an so Dingen wie, dass auf der offiziellen Pottermore-Seite dann ein Artikel darüber gebracht wurde, ob Sklaverei in Hogwarts gut oder schlecht ist, beziehungsweise gab es ganz lang einen Artikel auf der offiziellen Pottermore-Seite, in der darüber philosophiert wurde. Würde es einen Debattierclub in Hogwarts geben, was wären die Argumente für Sklaverei und was wären die Argumente gegen Sklaverei? Also, wenn J.K. Rowling so weit geht und diese Geschichten auf Pottermore in die reale Welt zieht und dort fiktive Debattierclubs rund um Pro- oder Antisklaverei baut und das lesen Kinder zwischen 10 und 18 Jahren, ist das der Punkt, an dem ich sage, ja, ich darf alles verurteilen, was da gemacht wird, denn es wird ja offensichtlich wirklich in die reale Welt gezogen. Der Beitrag ist mittlerweile übrigens gelöscht, weil er zu so einem massiven Skandal und Backlash geführt hat, dass man sich dann doch entschieden hat, dass ein Was-ist-gut-bei-Sklaverei-Gespräch auf der Pottermore-Seite vielleicht nicht so eine kluge Idee wäre. Hm, komisch. Also, das ist halt... Und da war doch auch so ein bisschen die Schlussfolgerung, so, ja, man kann ja drüber debattieren, aber Hermine hat es halt zu aggressiv gemacht. Mhm. Auch wieder so ein sehr klassisches Argument, so, kennt man aus der Civil Rights Bewegung auch und sowas, so, ja, klar, ne, wir haben da nicht immer so, waren wir nett und so, aber jetzt auch bitte nicht zu aggressiv dabei werden, wenn ihr die Sklaverei kritisiert und so. Ähm, ist ja ein sehr archetypisches Argument von Leuten, die eher den Status Quo behalten wollen, sag ich mal. Auf jeden Fall. Und wenn wir als Final abschließen wollen, und das ist dann wirklich das Allerletzte, was ich dazu sage, wenn euch das alles noch nicht reicht, und wenn wir auch einfach Green Gods ignorieren, und, weil das ist ja auch nochmal, das möchte ich gar nicht anfangen, das ganze antisemitische Thema und das einfach in Green Gods mittendrin ein Judenstern ist, also, das ist ja nochmal, das ist ja nochmal, da müsste man nochmal einen ganzen Stream darüber führen, wie problematisch diese Anschauung ist, die da sowohl im Film als auch im Buch umgesetzt wird, dann nehmen wir vielleicht ein bisschen ein leichteres Gespräch. Ähm, es gibt in der Welt von Harry Potter gibt es Wehrwölfe. Und einer der bekanntesten Wehrwölfe in der Harry Potter Welt von J.K. Rowling geschrieben, ist der Todesser, ich habe leider vergessen, wie er heißt, der auch als Massenmörder bekannt ist, und dessen Hauptmotivation in der Geschichte, die J.K. Rowling geschrieben hat, daraus besteht, dass er Kinder entführt und beißt, um sie in Wehrwölfe zu verwandeln, gegen ihren Willen. Das ist die Geschichte, die sie geschrieben hat. So weit, so gut. Und dann hat J.K. Rowling in einem Interview Lykanismus mit Aids verglichen. Ja, und dann sage ich nochmal, müssen wir den Inhalt dieser Bücher mit der realen Welt vergleichen, wenn eine Milliardärin im öffentlichen Fernsehen solche Vergleiche zieht und in öffentlichen Interviews? Ja, definitiv. Denn es ist ganz offensichtlich ein Gedankengut, das sie niedergeschrieben hat, das sie schon irgendwie herleitet. Und das ist dann nicht mehr meine Interpretation, sondern ich interpretiere das, was sie in Interviews sagt. Und kritisiere genau das. Und da ist eben auch, wie du sagst, es ist ja dann, also, dann ist es ja bereits in der öffentlichen Debatte. Und dann ist es nur noch eine Frage, okay, jetzt ist es da eh. Ja, wie gehst du denn damit um? Ja, genau. Jetzt ist es eben dann schon eine Frage, klassischer Wettbewerb der Ideen sozusagen ja auch. Jetzt ist halt dann schon die Frage, diskutieren wir mal darum, was denn die Auslegung ist. Die, also, nehmen wir einfach die der Autorin blind an oder halt nicht? Absolut, absolut. Ja. Schwierig, schwierig. Aber es tut mir auch leid, dass ich das da gerade auch so mit in deinen Stream reingezogen habe. Und ich hoffe, du wirst jetzt nicht deswegen in der nächsten Zeit in deinem Stream deswegen genervt oder bedrängt. Ach, wir hatten das auch schon ab und an, das Thema. Dass, äh, meine Mods sind inzwischen auch Schlachterbrot, sag ich mal. Ähm. Und prinzipiell bekannt kannst du in meinen Stream. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre ich hier passiver Zuschauer gewesen. Ich habe ja auch hier mit den moralischen Themen, bin ich angekommen. Also, da musst du dich ja nicht entschuldigen, wenn du dann volle Kanne den Ball nimmst und ihn weiterrollst. Das ist ja, da bin ich ja der Letzte, der sagt so, nee, nee, jetzt aber mal, so habe ich es nicht gemeint. Jetzt halt mal wieder die Klappe und lass Warhammer spielen. Ja, das ist ja jetzt auch sehr, sehr schwach. Ich glaube, die beste Chance und die beste Möglichkeit, die Harry Potter einfach hat, ist, dass dieses Franchise einfach irgendwann diesen Punkt erreicht, an dem es unabhängig von der Autorin vollständig weiter entsteht, also weiter bestehen kann. Das, das sind die besten Chancen, die Harry Potter einfach hat. Dass es einfach zu einem riesigen Franchise wird, dass nicht nur auf, also, das ist ja auch meine Hoffnung, dass man quasi das irgendwann so lösgelöst bekommt und sagt, J.K. Rowling kann aus irgendeinem Grund, ich möchte niemandem den Tod wünschen, aber sie ist auch eine alte Frau, vielleicht lebt sie in 40 Jahren nicht mehr oder in 50 Jahren und dann haben wir halt, so wie bei anderen problematischen Schriftstellern, wie zum Beispiel auch ein H.B. Lovecraft, der hat halt einfach keinen Twitter-Account, dem zwölf Millionen Leute folgen, wo er irgendeine diskriminierende Scheiße schreiben kann und das mit Reichweite legitimiert. Das ist wahrscheinlich die beste Hoffnung, die wir hier haben, dass das Franchise sich irgendwann vom Autor loslöst und man dann das Franchise genießen kann und nicht mehr diesen J.K. Rowling-Beigeschmack dabei hat und dann diese Themen vielleicht auch stückweise aufgearbeitet werden, weil das ist ja auch nicht die einzige Literatur, die solche Problematiken hat. Also man kann ja Herr der Ringe jetzt nicht in so einem Ausmaß, aber du kannst ja Herr der Ringe zum Beispiel auch ziemlich krass auseinandernehmen, was einfach die Hintergründe angeht und gesellschaftliche Grundbausteine, die da aufgebaut sind. Nur ist es, ich glaube, Harry Potter ist gerade deswegen so ein schwieriges Thema, weil es halt ein Kinderbuch ist, das sich an Kinder richtet und Kindern Moral vermitteln möchte und diese Schriftstellerin halt immer noch lebt und eigentlich es so viel schlimmer gemacht hat mit ihren Real-Life-Takes. Also die Bücher allein sind hm und ihre Takes machen es halt hm hm. So. Es wird bei mir jetzt gerade nochmal gefragt und wir rollen immer weiter, aber es wird gefragt, wo ist denn das Problem mit Lovecraft? Wo fange ich an? Ich glaube, ich kann das gar nicht zitieren, ohne gegen die Twitch-Regeln zu verstoßen, aber Lovecraft hat ein Gedicht darüber geschrieben, wie die Götter schwarzhäutige Menschen erschaffen haben und zu welchem Zweck. Ja. Das ist so ziemlich das Ekelhafteste, was du wahrscheinlich in deinem ganzen Leben lesen wirst. Ich übertreibe nicht. Und, ähm, also Lovecraft war nicht rassistisch für seine Zeit. Lovecraft war, und selbst das könnte man ja kritisieren, aber Lovecraft war schon richtig hardcore. Also der, der fand Rassismus schon richtig, richtig, richtig geil. Ja, und entsprechend gibt es auch Debatten, ob zum Beispiel heutzutage noch, und ich finde die sehr berechtigt, diese Debatten, noch Buchpreise nach irgendwie der Howard-Lovecraft-Preis für Horror oder so benannt werden sollten. Ähm, ich finde auch da absolut, ne, also Lovecraft ist ja so ein Beispiel, du sagst, wo das Werk den Autor längst entwachsen ist. Ähm, absolut. Und ich finde da ist absolut, also, da kann man die individuellen Werke analysieren, natürlich, ob da was von diesen Aspekten drin ist, aber kann man, denke ich, auch, es wird sicher sehr viel Lovecraft-Kosmos geben, der nicht problematisch ist, würde ich mal tippen. Ähm, kenne mich aber auch nicht tief mit Lovecraft-Werken aus, muss ich offen zugeben. Aber der Autor ist nicht unproblematisch, um es mal sehr dezent zu sagen. Ja, also ich glaube, da gibt es leider, da gibt es leider einige Künstler, die so einen extrem unangenehmen Touch haben. Deswegen finde ich halt zum Beispiel, ähm, das, was jetzt Dungeons & Dragons eben gemacht hat, mit den Pen & Paper-Regeln, ähm, dass sie das halt immer weiter aufbrechen und, ähm, ja auch ganz gezielt sich davon distanzieren, dass die unterschiedlichen Rassen in dem Dungeons & Dragons-Universum gewisse Charakteristika haben, dass sich das halt so ein bisschen einfach alles auflöst, ne? Dass du nicht, die eine Fraktion sind immer Diebe, so, sondern dass das alles ein bisschen lockerer und entspannter wird und dass du deine noblen Hochelfen auch als Schurken spielen kannst, um einfach auch aus diesem Stigmata-Denken rauszugehen, weil ich glaube, das ist halt einfach etwas, das hat uns jahrhundertelang geprägt, dass wir gesagt haben, Menschen sind halt, weil sie so sind, wie sie sind, sind sie so, wie sie sind. Und diese Grundidee, dass, und da geht es jetzt nicht um so Dinge wie, okay, ähm, Zwerge sind die besten Schmieder quasi, weil das kannst du ja logisch erklären. Also du kannst ja logisch erklären, wenn ein Volk in den Bergen lebt und besonders viel mit Ärzten arbeitet, ist es logisch und nachvollziehbar, dass die einfach viel Erfahrung mit Ärzten haben. Was du halt nicht mehr logisch erklären kannst, ist, warum zum Beispiel alle Zwerge gierig sind. Und da ist halt dieser Zwiespalt. Und ich glaube, diese Entwicklung in der modernen Fantasy, das ein bisschen aufzubrechen und da auch nicht mehr nach diesem, jeder Zwerg ist so und jeder Elf ist so und jeder Goblin ist so und alle Menschen sind so, sondern da ein bisschen mehr Facetten reinzubringen, macht's, finde ich, zum Lesen auch super viel spannender und viel tiefgreifender und auch realer. So, das ist nicht realistisch, dass alle eine Million Zwerge, die es gibt, gierig sind, nur weil sie Zwerge sind, so. Ja. Herr Darkly. Einer meiner liebsten Fantasy-Comics befasst sich tatsächlich mit diesem Thema, lustigerweise, weil es da, da hatte ich glaube ich schon mal erzählt, es geht um einen Goblin, also in dem Fall ist es der Antagonist, aber du merkst halt Schritt für Schritt, dass der einen besseren Punkt hat, als man vielleicht dachte, der eine Rebellion gegen die Götter anzettelt, nachdem er festgestellt hat, weil das spielt in einer D&D-Welt, das ist so ein Self-Aware-Fourth-Wall-Meta-Zeugs, nachdem er festgestellt hat, dass sein ganzes Volk von den Göttern nur erschaffen wurde, um als Erfahrungspunkte für ihre Kleriker zu dienen. Und er lehnt sich halt dann genau dagegen auf, weil er sagt, ey, das ist doch scheiße, was soll denn das? Ähm, das finde ich auch, also finde ich es cool, dass Fantasy da ein bisschen mehr Self-Awareness auch entwickelt, ähm, weil es ja schon so ist, dass wenn du viele klassische Fantasy-Settings analysierst, sind die bizarrerweise so konstruiert, dass in dieser Welt dann Rassismus die korrekte, vernünftige Einstellung ist. Ja. Weil es gibt ja eben Völker, die immer böse sind, ähm, und ich sag auch, das ist, finde ich, so weit Genre-Konvention, dass ich da überhaupt nicht irgendwie jedem Autor Böswilligkeit oder rassistische Absichten unterstellen will, weil es ist halt einfach so lange immer, Orks sind immer böse, ne, Zwerge sind so, aber ich finde es schon eine coole Weiterentwicklung, dass das Fantasy-Genre als Ganzes gesagt hat, lasst uns doch mal ein bisschen tiefer denken, vielleicht, ähm, Auch tiefer als die Waffenhände. Oder du machst es einfach, oder du machst es einfach so makaber wie Warhammer und machst einfach alle bösartig. Oder das, ja. Alle bösartig, easy. Ich unterstütze definitiv nicht die Meinungen von J.K., die Bücher und das Universum ist halt fest verankert von mir, weil es mich literally gerettet hat in einer sehr schönen Zeit, aber ich habe definitiv immer nur was Stärkendes für mich rausgezogen und nichts von dem rassistischen Gebete. Für mich war immer klar, dass gerade auch die Hauselfenthematik nie geklärt war und habe meine Hoffnung an Hermine, Minister of Magic, gesetzt damals. Also grundsätzlich gesprochen, ähm, ich möchte niemanden verurteilen, der Harry Potter liebt, auch jetzt noch liebt und schaut und, ähm, daran seine Freude hat, so. Und du sollst ja auch einen Bücherkauf oder einen Filmkauf, den du vor zehn Jahren hattest, nicht rückgängig machen. Also das hat dich geprägt und das war Teil deines Lebens und das ist völlig fein. Und auch wenn das jetzt immer noch einen nostalgischen Wert hat, ähm, dann ist das completely fein. Aber ich glaube, in der Debatte geht es gerade einfach nicht darum. Also ohne jetzt sehr hart klingen zu wollen, ich glaube, ich kriege das nicht formuliert, ohne hart klingen zu wollen, ich finde es ignorant, wenn so eine Diskussion, so eine Grundsatzdiskussion um Diskriminierung von nicht diskriminierten Menschen immer darin erstickt wird, dass man argumentiert mit, ja, aber mich hat's gerettet. Weil damit legst du dich selbst in eine Opferrolle, die keine Verantwortung tragen möchte, weil es hatte für dich etwas Positives, aber du musst doch überhaupt erst mal in der Situation sein, zu sagen, ich ziehe nur das Positive für mich raus, weil das Negative betrifft mich nicht, weil ich werde ja nicht diskriminiert, also la, 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 also ganz hart gesprochen. Deswegen, ich möchte das nicht kleinreden, das ist okay und fein und absolut nachvollziehbar und ich möchte auch niemanden judgen, der diese Filme weiter konsumiert und schaut und ich lese viel grausamere Dinge. Ich finde einfach diese Argumentation fehl am Platz, wenn wir jetzt über Diskriminierung reden, denn es sollte um die diskriminierten Menschen und die Problematiken darin gehen und wir sollten den Inhalt nicht verschieben, relativieren oder irgendwo anders hinschieben, weil es Einzelschicksale gibt von Leuten, die versuchen für sich im Chat zu rechtfertigen, warum es für sie etwas Positives hatte. Das ist ja okay, das ist ja auch fein, das wird dir auch niemand absprechen. Ich will auch niemandem vorwerfen, dass er das geschaut hat, aber darum geht es gerade nicht. Es geht ganz klar um Diskriminierung und die ist nie okay. Auch nicht, wenn du etwas Positives da rausziehst. Ja. Ja, aber das ist bei mir auch immer, weil ab und an haben wir auch schon inzwischen solche Themen im Chat, im Stream diskutiert und auch bei mir ist immer, mir geht es halt null darum, irgendwem jetzt zu sagen, ich habe ja selber eben Harry Potter früher genossen und so. Das ist ja, und sowieso bin ich, sehe ich mich als null moralische Autorität, irgendwem irgendwas vorzuschreiben, wie er sich zu fühlen oder zu denken hat, aber man kann ja gemeinsam drüber reden und drüber nachdenken und halt mal eine andere Sichtweise einnehmen und da finde ich es tatsächlich auch immer interessant, dass es da schon dieses, auch jetzt wieder so immer diese Fraktion, dieses sehr grundlegenden Abblockens wirklich gibt, die halt sagt so, nee, ist doch nur Kinderbuch oder auch vorher, jetzt wird hier von Leuten die Kindheit angegriffen. Nee, das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Ich greife doch niemanden an, weil er als Zehnjähriger nicht so ein Buch bis in die letzte Ecke durchanalysiert hat und ich will auch niemandem absprechen, dass in diesem Buch viele schöne Sachen für Leute, wie gesagt, für mich ja auch, drin gesteckt haben. Das heißt ja nicht so, ah, du warst offensichtlich ein richtig missratender Zehnjähriger, weil du damals Harry Potter, ne, und deswegen bist du heute so ein Arschloch, wie du bist, ne. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Ich finde es sehr sonderbar, wie Leute sich da auch sehr schnell persönlich attackiert fühlen. Also würde man sie angreifen, das finde ich immer ein bisschen schade tatsächlich. Ich glaube, ich bin, was sowas angeht, aber mittlerweile auch einfach schon gesättigt, weil ich versuche, über dieses Thema seit einem Monat aufzuklären und ich einfach nicht zählen kann, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass Harry Potter sie gerettet hat. Und ich weiß halt bei sowas nie, was ich antworten soll, weil ich halt gerne, ich möchte halt gerne über die politisch problematischen und gesellschaftlichen Bilder reden, und nicht über, also es ist halt ein anderes Thema und es ist halt fein und es ist okay und ich möchte es nicht relativieren und ich möchte es nicht klein machen, aber es ist halt einfach gerade nicht Thema. Es geht gerade nicht darum, wie eine Kindergeschichte jemanden gerettet hat. Es geht gerade nicht darum, was man selber für ein Traumata in seiner Kindheit hatte. Es geht doch gerade einfach nur um die Problematik in diesen Büchern und warum die problematisch sind, warum sie schwierig sind, warum sie vielleicht nicht die optimale Literatur für Kinder sind. Es geht gerade nicht um die eigene Rettung. Natürlich werde ich, wenn mir jemand schreibt, hey, mir ging es richtig scheiße, ich habe die in der Zeit gelesen, in der das eine emotionale Stütze für mich war, natürlich werde ich nicht sagen, oh, du schlechter Mensch, du warst depressiv und hast dich in einer Fantasiewelt von einer Zauberschule für Kinder geflüchtet, schäme dich. Obviously werde ich das nicht sagen, aber das ist halt einfach gerade nicht das Thema und das finde ich halt dann so anstrengend, weil ich halt, ich komme nie dazu, wirklich über die inhaltlichen Problematiken zu reden, weil ich früher oder später immer in einer Situation sitze, in der ich das Gefühl habe, Leute wollen sich von mir eine Absolution dafür holen, warum es in ihrem Fall ja okay war. Wo ich sage, grundsätzlich bin ich niemand, der dir sagen kann, was okay ist und was nicht. Warum interessiert dich das überhaupt, was ich davon halte? Kann dir ja komplett egal sein, du kannst ja lesen, was du möchtest, du kannst ja gucken, was du möchtest, ich bin einfach nur irgendeine x-beliebige Alte, die in einem Wohnzimmer in Spandau sitzt oder in ihrem Büro vor einer Kamera und labert. Und das kann dir ja scheißegal sein, wenn ich etwas doof finde. Oder wenn ich ein Buch nicht mag, ich möchte einfach nur über die Inhalte dieses Buchs reden und nicht, ich muss ja niemandem eine Erlaubnis erteilen oder irgendwas absegnen. Kann dir ja schnurrt sein. Deswegen, ich finde das schön, wenn Menschen mir grundsätzlich Dinge in die Richtung erzählen wollen. Ich finde es einfach nur in diesem Gespräch finde ich es irgendwie unangenehm, weil ich nicht weiß, was man dann von mir hören möchte. Das ist auch so ein bisschen immer der Punkt, dass es ja, dass gerne solche Diskussionen dann immer von Leuten gleich und das ist bei mir immer sehr explizit eigentlich auch nicht als Versuch eines Vorschriftmachens gesehen wird. Es ist mehr eine, ich arbeite ja auch für mich selber auf, ich war ja selbst Harry Potter Fan. Damit, wenn ich sowas diskutiere im Stream, will ich ja nicht dann dem Zuschauer sagen und du hast es nun auch so zu sehen, wie ich. Weil da bin ich nämlich 100 Prozent, genau was du gerade sagst, ich bin ja auch nur so ein Dude. Äh, holt euch doch eure moralischen Vorstellungen, bitte nicht von einem Gaming-Journalisten, der nebenbei Entertainment auf Twitch macht. Ich hab doch, ich hab doch null moralische Autorität auf der Welt. Ähm, ich, man diskutiert halt die Dinge und man kann abwägen und so, aber das heißt ja nicht, dass ich dann sage und wenn du es aber nicht so siehst wie ich, äh, dann hast du hier das Maurice-Weber-Siegel der Verdammnis und kauf dir jetzt schnell Ablassbrief, weil sonst landest du in der Hölle. Ey du, für 50 Euro mach ich euch Urkunden, auf denen draufsteht, ist okay und unterschreib sie und dann, also, klar, wenn die Leute, wenn es den Leuten damit besser geht, dass sie sich eine Urkunde von mir holen, wo dann draufsteht, ist okay, dass du Hogwarts Legacy spielst, für 50 Euro. Alternativ könnt ihr auch. Jetzt kommt die Wahrheit raus. Alternativ, ich hab das ja auch auf Twitter gepostet, ne, dann hab ich mir ein richtiges Fettnäpfchen geleistet. Oh, das war richtig unangenehm. Ich hatte auf Twitter gepostet, die Leute können ja gern mal 50 Euro beim SOS Kinderdorf spenden und wenn sie mir einen Screenshot davon schicken, dass sie das gemacht haben, kriegen sie von mir vielleicht eine Urkunde, auf der ich draufschreibe, ja klar, spiel Hogwarts Legacy, geil. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass die Charity-Seite, die ich gepostet habe, bei einer Eigenstudie draufgekommen ist, dass es vermehrt zu Kindesmisshandlungen innerhalb dieses Charity-Unternehmens kam. Oh Gott. Wow, oh Gott. Und ich wollte halt, ich wollte halt einfach nur einen dummen Witz machen und wollte das halt kanalisieren auf, yo, hey, Kinder-Nothilfe, spendet bitte da rein. und dann einfach sowas und ich saß da, ich hab das gelesen und war so, oh nein, oh nein, bitte nicht. Weißt du, die Welt ist schon einfach manchmal scheiße, man muss es halt echt sagen, wie es ist. Das ist ja, ach Gott ey, ich hasse alles. Das ist einfach scheiße, wirklich. Aber, aber, aber ich will schon nochmal auf diese, jetzt kommt hier die Wahrheit hinter Shurioka, Aktivistin zum Vorschein und, und ich hab die ganze Zeit mich noch selber moralisch ins Abseits gestellt mit, mit meinem, meiner, 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 meinem Geständnis, dass ich wohl ein schäbiger Ablasshändler im Mittelalter gewesen wäre und du hast die ganze Zeit drauf hingearbeitet, eine moderne Ablasshändlerin heute zu sein. Jetzt kommt hier die Wahrheit zum, 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 zum Tage. Das wird ja immer schlimmer hier. Dori, ich hab gelesen, was du geschrieben hast, ist nur gerade sehr, sehr schwer darauf einzugehen. Also ich habe das nicht böse aufgefasst, was du geschrieben hast, nicht im geringsten. Ich glaube, da ist einfach ein bisschen die Problematik in meinem Fall, dass du eben nicht die Einzige bist und wenn ich da, also ich habe also nicht böse aufgefasst und ich möchte dir nichts unterstellen. Ich glaube, es klang ein bisschen so, als wäre das, was ich gerade gesagt habe, nur gegen dich gerichtet ist. Gerichtet ist es nicht. Es war für mich einfach nur ein, ein Loslöser, weil ich halt einfach das jetzt schon so oft gelesen habe in den letzten Monaten aus allen unterschiedlichen Perspektiven und Argumentationen heraus. Also bitte beziehe nicht alles auf das, was du geschrieben hast. Ich habe nicht alles auf dich bezogen, sondern es hat nur, weil es halt wieder damit angefangen hat, hat es das halt bei mir losgelöst, weil ich unzählige Sachen aus dieser Richtung gelesen habe in den letzten Wochen. Aber um das Thema vielleicht ein bisschen aufzulockern, hast du der Strubbelpeter gelesen? Vor Ewigkeiten. Aber ich weiß nicht mehr viel davon. Es wird bei mir auch gerade diskutiert. Wobei, nee, das ist Max und Moritz diskutieren sie. Nee, Strubbelpeter habe ich nicht Max und Moritz ist ja auch in den Strubbelpeter-Teilen drinnen. Also Strubbelpeter war ja die damalige Gesamtsammlung für und also ich habe diese Geschichten teilweise als Kindergarten, ja, im Kindergarten und in der Grundschule noch vorgelesen bekommen, tatsächlich. Also, Miau, 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 das Mädchen brennt jetzt Licht, hallo, oder die, die vom Daumen lutscher Bub und so weiter. Holy shit. Ja, ja, ähm. Ach. Müssen wir uns wirklich mit den moralischen Inhalten des Strubbelpeters auseinandersetzen? Es ist ja nur ein Kinderbuch, um vielleicht ein paar Zitate des Chattes in Bezug auf ein anderes Kinderbuch hier zu nennen. Absolut, ja, das, äh, ja, es ist, ähm, aber, Pia, das mit dem Auflockern des Themas hast du noch nicht ganz so raus, oder? gut, aber ganz ehrlich, also, jetzt mal ganz im Ernst, ähm, Strubbelpeter ist schon wieder so extrem, dass ich da heutzutage einfach drüber schmunzel, dass mein Vater ernsthaft gedacht hat, das wäre pädagogisch wertvoll, mir sowas vorzulesen. Also, da kann ich, ich könnte weinen drüber, aber ich lache lieber drüber, weil das ist so absurd, also, wenn ich das jetzt heute, wenn ich meinem Vater jetzt vorschlagen würde, dass er meinem neuneinhalb Jahre alten Bruder die Geschichten vom Strubbelpeter vorliest, dann, also, wenn ich mir überlege, was ich für meinen Dad für eine Zusammenfassung geschrieben habe, weil er eine Switch bekommen hat, also mein kleiner Bruder, an was für Spiele gut wären, mein Dad war sich unsicher, und ich habe einfach und ich habe einfach meinem Vater, ich meine, da hat er auch selber gesagt, Pia, du hast übertrieben, aber mein kleiner Bruder hat halt einfach massiv mit Albträumen zu kämpfen, nach auch Disney-Filmen, also, der hat zum Beispiel Ariel gesehen und diese Ursula killt ihn des Todes und der ist halt so ultra schreckhaft und hat dann ein Schlaflicht gebraucht und mein Dad hatte halt mega Angst, je nach Switch-Spiel, dass er jetzt vielleicht dadurch halt auch einfach Angst hat, dann beim Schlafen und hat mich halt nach meiner Meinung gefragt und ich habe einfach so drei à vier Seiten runtergeschrieben und halt zehn unterschiedliche Switch-Spiele vorgestellt, was die Vor- und Nachteile haben, worauf er dabei vielleicht achten muss, wegen Online-Nutzung und keine Ahnung was alles, also, aus dieser Perspektive gesprochen, ich glaube, wenn ich meinem kleinen Bruder Struwelpeter geschenkt hätte, mein Dad hätte mich geköpft, aber mir hat das vorgelesen, da war ich zwei Jahre jünger als mein kleiner Bruder jetzt, ne, wird man eben halt auch sieht, dass es ja völlig legitim ist, wenn sich halt Wahrnehmungen weiterentwickeln. Und und es auch, und das kommt noch dazu, dass es auch kein Angriff auf deine Kindheit ist, heute zu sagen, ja, der Struwelpeter war schon ziemlich brutal. Ja. Weil das ist ja das Argument, das im Chat immer kommt, so der Angriff auf die Kindheit, ne, Pia? Du warst schon auch ein schlechter Mensch. Ja, absolut, absolut. Also das ist dein Vater, der das vorgelesen hat, du Monster. Schon, schon wild. So, Leute, was machen wir jetzt hier? Pia for President, voll gut mit der Gaming-Empfehlung für ihren kleinen Bruder. In erster Linie wollte ich einfach, dass mein kleiner Bruder ein Pokémon und kein Fortnite-Kind wird. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Das verstehe ich ja. Das ist auch nobel, finde ich. Das war meine Wichtigkeit, meine persönliche. Fast überall werden Hexen getötet oder Schwiegermütter bekommen, eine Abtreibung etc., Abreibung etc. Wisst ihr, warum Schwiegermütter, ähm, beziehungsweise nicht Schwiegermütter, wisst ihr, mal in unseren bekanntesten Märchen vorkommen? Das finde ich auch ultraspannend, weil die, ähm, Märchensammlungen von, äh, den Gebrüdern Grimm, die wir ja in Zentraleuropa als unser Haupterinnerungsmerkmal von Märchen haben, weil die es ja zusammengetragen und zusammengeschrieben haben, nicht als die ersten, aber eine der bekanntesten Sammlungen hatten und das war zu einer Zeit, also Märchen sind ja so alt wie die Menschheit selbst und wurden immer wieder neu überliefert und neu weitererzählt und das ist auch super schwer heutzutage noch zu sagen, wo der Ursprung von was, wie, wo, welchem Märchen ist, aber grundsätzlich in der Zeit, in der die Märchen von den Gebrüdern, Gebrüdern Grimm zusammengetragen wurden, äh, war die Mortalitätsrate von Frauen im Kindsbett extrem hoch, weswegen extrem viele Kinder ohne ihre Mutter aufgewachsen sind und halt eine Stiefmutter hatten, äh, weil der Vater eine zweite oder eine dritte Frau hatte, um dann die Kinder von der ersten Frau großzuziehen, die im Kindsbett verstorben ist und dadurch waren Stiefmütter zu dem damaligen Thema auch einfach ein gesellschaftliches Thema oder auch der bei, bei, ich glaube, Don Röschen, nee, nee, was ist das nicht, Cinderella mit der Kürbiskutsche, der einzige Grund, warum es eine magische Kürbiskutsche war, ist, dass Kürbisse zur damaligen Zeit gerade das moderne Gemüse aus Amerika waren, das nach Zentraleuropa kam und alle wollten Kürbisse haben und mit Kürbissen kochen, also schwupps war der Kürbis plötzlich auch im Märchen drinnen. Geil. Das ist super spannend, also die Leute waren damals nicht mehr oder weniger beeinflusst als wir heutzutage, was moderne und Trendsachen und so angeht. Ich bin halt dann nur die Frage, warum waren dann die Stiefmütter alle schlecht und böse in diesen Storys? weil das war ja dann eigentlich eine gesellschaftlich wertvolle Rolle, die sie ausgefüllt haben. Bitte Entschuldigung, mich hat es gerade gedankheitlich rausgeworfen. Ich habe mich nur gefragt, warum dann die Stiefmütter aber alle böse waren in diesen Storys, weil sie ja dann eigentlich eine gesellschaftlich wertvolle Rolle ausgefüllt haben, die gar nicht irgendwie verurteilenswert ist. Ja, das ist eine richtig gute Frage, kann ich dir nicht sagen. Weil ich fand das tatsächlich, mich hat das immer, das hat mich als Kind schon genervt, dass ich, weil ich habe einen Stiefvater und ich wollte ihn immer nicht so nennen, weil es halt schlecht klingt, finde ich. Also das Wort Stief ist halt negativ konnotiert, im Sinne von nicht nur der Ersatzvater, sondern der ist auch schlechter als der normale Vater, er ist wahrscheinlich böser und gemeiner und weniger guter Vater und bei mir war das nämlich halt gar nicht so, mein Stiefvater ist ein fantastischer Mensch und ich bin sehr gesegnet, ihn in meinem Leben zu haben, verglichen mit meinem echten Vater und ich habe irgendwann habe ich einfach dann ihn meinen Vater genannt, weil das halt einfach die Rolle hat er ausgefüllt und dass er nicht der leibliche Vater ist, ist relativ irrelevant, was das angeht, aber ich fand tatsächlich, dass diese negative Konnotation des Wortes, selbst als jüngeres Kind, ich fand die, die fand ich doof. Kann ich verstehen, ja. Weil man damals das eigene Kind bevorzugt hat, kann man das so allgemein sagen? Ich glaube nicht, dass man so allgemein beantworten kann, dass immer das eigene Kind bevorzugt wurde. Das ist eine gute Frage, ja. Damals wird auch bei mir geschrieben, damals war halt jedes Maul, das man füttern musste, eine Last. Stiefmütter hatten meist noch andere Kinder, waren dann meist den Kindern, die nicht der eigenen waren, nicht besonders zugetan. Das kann man wahrscheinlich nicht so verallgemeinern. Das wird es sicher gegeben haben, also bestimmt. Wird aber sicher genauso gut auch Stiefmütter gegeben haben, die sich sehr aufopfernd auch um diese anderen Kinder gekümmert haben. Aber es reicht ja auch, dass ein Märchenerzähler eine beschissene Stiefmutter hatte, ne? Wenn dessen Märchen sich durchsetzen, dann reicht das ja schon. Das ist wahr, ja. Da hatten einfach die beiden Gebrüder Grimm eine richtig beschissene Stiefmutter. Und dann waren alle Stiefmütter böse. Ja, genau. Und dann sind alle Stiefmütter scheiße. Wobei ich auch ganz interessant finde, wie sich in den Märchen die Rolle der Frau verändert hat. Weil wer quasi diese, also in den Vorläufern von unseren jetzigen Märchen oder anders gesagt, die jetzigen Märchen, die wir jetzt in der oder es ist schwierig jetzig zu sagen, lass mich nochmal neu ansetzen. Die Märchen, die die Gebrüder Grimm veröffentlicht haben, die wurden ja auch schon angepasst, nicht nur von dem, wie sie sie selber erzählen wollten, sondern auch angepasst an die gesellschaftliche quasi Norm der damaligen Zeit. Also Sexualität wurde zum Beispiel komplett rausgenommen. Dafür wurde es unfassbar brutal, weil man halt gesagt hat, Brutalität für Kinder okay, Sexualität für Kinder gar nicht okay. Und gerade die Rolle der Frau in dem Zeit, also zu dem Zeitpunkt in den Märchen war eine ganz andere, als die Geschichten halt teilweise davor durchlaufen haben, weil man mittlerweile quasi Vorläufer der Märchen gefunden hat, die halt älter sind, wo die Moral der Geschichte war, dass junge Frauen hinterlistig und durchtrieben und klug sein müssen, um sich richtig in der Welt zu positionieren und das quasi die Moral der Geschichte war. Und dieses du musst einen Partner finden und brav und lieb und unschuldig sein, ist einfach nur aus einer anderen Epoche. Das heißt, es ist nicht mal etwas Modernes, dass man sagt, oh Frauen sind eigenstirnig und stur, sondern diese Entwicklungen und diese Veränderungen in der Märchenerzählung gab es bereits und es ist nicht schon immer so gewesen, dass Frauen lieb und still und ruhig sein mussten, sondern das ist nur die Überlieferung, die bei uns am populärsten war, die angekommen ist und davor gab es andere Überlieferungen. Superspannend einfach. Imagine einfach ein Walt Disney Film, in dem die Moral der Geschichte ist, sei hinterlistig und durchtrieben, weil dann wirst du zum Schauen. Finde ich, ja, wenn Märchen uns diese Moral eingetrichtet hätte, hätte ich wenigstens Entschuldigung so zu sein, wie ich bin. Dann könnte ich immer sagen, Walt Disney war es. Das wäre voll gut. Ah, schön, schön. Ach, schön. Ja, heute sind wir thematisch echt rumgekommen. Das, äh... Ich finde es super spannend. Ich hoffe, also ich weiß, dass das nicht alle, alle in den, in den Chats interessiert, aber ich fand es unfassbar spannend. Ich ebenfalls. Ich finde das ja tatsächlich oft auch lustig, dann beim, beim Zocken, ich finde es manchmal sogar ein bisschen langweilig, beim Zocken nur über das Zocken zu reden, äh, sondern, warum nicht, ich finde deswegen auch gerade oft sogar Spiele so, mit Kalle hatte ich zum Beispiel Diablo 2 gespielt, was so ein super gutes Spiel ist, um dann nebenher über alles zu reden eigentlich, weil du musst dich nicht wirklich aufs Spiel konzentrieren, du metzelst dich halt so ein bisschen durch und hast eine nette Koop-Hintergrundbeschallung, und derweil redest du halt über Gott und die Welt. Ich finde das oft gerade die Essenz einer coolen, Boerheimer ist ja eigentlich nicht so ein Spiel, aber unsere Kampagne ist irgendwie ganz ein bisschen an dem Punkt, weil wir halt komplett steamrollen, ähm, ich finde das oft auch angenehm, also ich finde, ich finde gerade so so Koop-Spiele sind oft, äh, ein guter Hintergrund für sowas, ähm, und ich sehe auch gerade bei mir im Chat einiges positives Feedback für die, äh, für die Gespräche heute. Mein Chat will einfach nur die Welt brennen sehen, in meinem Chat steht jetzt drinnen, großartig einfach, Ideologie-Kritik zu König der Löwen und go. Oh, oh, ja, ja, äh, ist jetzt alle ganz schlimm. Lasst uns bitte die gesamten Kindheitserinnerungen von allen Menschen Stück für Stück zerstören. Fangen wir mit Harry Potter an, gehen wir weiter zu König der Löwen, beenden wir es mit Herr der Ringe, wundervoll. Jetzt kommt bei mir auch gerade, Scar hatte bei König der Löwen auch einfach Pech, dass eine Dürre kam, so konnte er seine Reformen nicht durchbringen. Ja, ähm, und übrigens, da kann ich tatsächlich mal sagen, ähm, wenn es gegen König der Löwen geht, dann könnt ihr zumindest mir nicht mehr vorwerfen, dass ich eure Kindheit angreife und meine unberührt lasse, weil König der Löwen, ähm, ich hab, als der, der Real, also die, die Neuauflage, ist ja kein Realfilm, weil diese Neuauflage in 3D kam, hab ich meiner Mutter vorgeschlagen, ey Mama, wir haben doch früher so viel König der Löwen geguckt zusammen, wollen wir da nicht für die alten Zeiten wieder reingehen? Und die hat gesagt, nein. Und das ist 20 Jahre plus her, aber meine Mutter hat in ihrem Leben sowas von genug von König der Löwen, für den verschenkten Zapfekimmel. Aus meiner Kindheit noch, dass sie 20 Jahre später immer noch nicht wieder mit mir in die Neuauflage rein wollte. Das ist das Level von Angriff auf meine Kindheit, das dann passiert, dann könnt ihr mir wirklich nichts mehr vorwerfen, wie gemein ich bin, dass ich euch Harry Potter kaputt mache, weil wenn wir König der Löwen zerstören, ist von meiner Kindheit nicht mehr viel übrig danach. Ja, ja, ja. Hakuna Matata sag ich dazu. Was ich übrigens spannend finde, weil halt auch jemand gesagt hat, dass eben König der Löwen ein Downgrade nach Aladdin war. Wenn du jetzt über Disney plus Aladdin startest, bekommst du einen Disclaimer mit einer Vorwarnung wegen Rassismus im Film. Echt? Mhm. Da war ich auch echt positiv überrascht davon, dass sie einfach gesagt haben, wir haben diesen Film, wir bieten den auch weiter an, aber wir packen einen Disclaimer rein, dass obviously Kulturen von Menschen nicht alle so sind, wie sie in dem Film dargestellt werden. Also auch, das waren nur ein paar Sekunden drinnen und ich habe mir dann, also ich habe Aladdin auch seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und habe halt mir den Film dann nochmal angeguckt und es sind halt, es sind halt einfach so ein paar Klischees, die wir halt haben über das exotische Abendland und wie Menschen dort halt alle so sind und alle so ticken und also ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch zu wenig oder ich habe zu wenig Ahnung auch von Vorurteilen und Rassismus rund um diese kulturelle Gruppe, als das mir jetzt ins Gesicht gebrannt wäre, oh mein Gott, ja das finde ich ultra kritisch. Also ich war sehr viel aufmerksamer beim Schauen dabei durch diesen Disclaimer tatsächlich. Ja und ich finde, also ich finde es gut, ich finde es richtig, richtig passend und weil auch im Chat steht, man kann es auch übertreiben, das hat nichts mit Übertreiben zu tun. Wir sind es einfach nur gewohnt, in einer Welt aufzuwachsen, in der wir Diskriminierung und Pauschalisierung von Fremden normalisieren und wir sind halt nicht die, die diskriminiert werden und deswegen kommt es uns vor wie eine Übertreibung, nicht mal, wenn wir nicht mehr diskriminieren, sondern wenn wir nur darauf hinweisen, dass wir diskriminieren, daran stören sich schon Leute und das finde ich irgendwie schade, weil dir nimmt ja niemand was weg, du kannst es ja trotzdem noch gucken und schauen und genießen und keiner kommt aus deinem Bildschirm und sagt, nee, du, 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 du wirst einfach nur darauf hingewiesen, hey, wir, das entspricht einfach nicht mehr unserer realen Weltanschauung, ist doch geil, du verlierst ja nichts. So. Wir müssen gleich aufhören. Ich sehe es gerade. Es tut mir so leid. Es wird natürlich, der arme Maurice von Bontra weiß gar nicht, was ihn erwartet, weil statt eines entspannten Warhammer-Streams kommt jetzt Pia schon voll quasi auf knallharte Krawall-Diskussion gebürstet, schon rein und wird bestimmt spannend. Also, liebe Leute, wenn ihr da dranbleiben wollt, ihr habt ja Maurice von Bontra auch schon hier kennengelernt in zwei Streams und das Feedback, das ich bekommen habe, war, dass ihr die Diskussion mit ihm fantastisch fandet. Fand ich übrigens auch. Da bin ich jetzt dann nicht mehr dabei. Bei mir gibt es jetzt gleich Anno, aber wenn ihr da Bock drauf habt, guckt doch mal bei Pia oder Bonjwa rein. Da wird jetzt gleich noch weiter diskutiert. Das ist ja mega gut. Das heißt, alle, die sich bei mir die ganze Zeit jetzt darüber beschwert haben, dass wir nicht einfach nur gespielt haben, Maurice spielt jetzt Anno. Das ist jetzt eure Chance, zu gehen und Anno zu gucken und mich noch weitere zwei Stunden allen auf den Sack gehen zu lassen. Moment, schickst du jetzt die Zuschauer, die dir auf den Sack gehen, zu mir und verkleidest das als noble Geste, dass du mir noch Zuschauer gewährst? Nein, ich schicke die Leute zu dir, die einfach, also mir gehen ja Leute nicht auf den Sack, die nicht diskutieren wollen, gar nicht. Also ich finde das völlig nachvollziehbar und verständlich, dass man nicht immer Lust hat und ich habe auch nicht immer Lust. Ich weiß, es ist für ganz viele meiner Zuschauer ist das ganz absurd, aber ich habe Abende, an denen ich gar keinen Bock habe zu diskutieren. Es ist für mich nur immer schwierig, wenn ich diskutieren möchte und dann ist in meinem Chat so eine Person, die sagt, boah, nicht schon wieder Pia. Ich denke, ja, respektiere ich, aber darf ich bitte in meinem Stream diskutieren, wenn ich das möchte und dann guckst du dir einfach was anderes an, wie zum Beispiel Anno. Das finde ich vor allem sehr sonderbar, dass, also, ich meine, also ich bin relativ sicher, es gibt Leute, bestimmt, die schalten aktiv bei dir ein, nur um dann sagen zu können, ach, jetzt nicht schon wieder. Bestimmt. Und das ist mir so wesensfremd, dieses Mindset, weil erstens, es gibt doch ein absurd riesiges Angebot auf Twitch, also du kannst ja, egal wonach dir gerade ist, irgendwer macht es gerade auf Twitch. und zweitens, du weißt doch, wofür der Shurioka-Stream steht. Anstrengend. Das ist ja jetzt nicht neu, ne, also du machst ja jetzt nicht erst seit zwei Monaten Twitch. Das stimmt, das stimmt. Ich finde dann, das ist sehr sonderbar, dieses, nein, ich will jetzt nicht, dass diese eine Streamerin, ich will jetzt schon die schauen, aber die macht jetzt gerade das Falsche und das sage ich ihr dann auch. Ähm, und es wird noch hier gerade im Chat, man guckt Twitch weniger wegen des Contents und eher wegen des Creators, ja, aber dann erst recht, dann, also wenn du, wenn du Pia wegen Pia schaust, dann sagst du doch Pia nicht, sei heute mal bitte nicht so viel Pia, Pia. Das, das ergibt, na, ich verstehe es nicht. Schon. Ich werde trotzdem mich hier schnell verabscheunen, ich bin schon wieder zu spät dran. Es war sehr schön, nächste Woche gerne länger, dann komme ich auch nicht eine Stunde zu spät. Speicher auf jeden Fall noch. Und dann, grüß den anderen Maurice von euch. Mach ich. Ich finde deinen 100% Maurice Stream heute sehr vorbildlich. Ich finde den auch großartig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Anno und wir sehen uns definitiv bald wieder mit mehr Gaming. Jawohl, haben wir nicht auch noch, haben wir nicht auch noch was anderes nächste Woche Mittwoch? Ist das noch? Ja, auf jeden Fall. Maurice ist auch mit dabei bei der Midnight Ghost Hunt Gruppe. Das wird eine richtig lustige Gruppe. Das wird sehr alber. Also ich habe angefragt, wer ist mit dabei? Tinker Leo, Dalukat, Kim Freiraum Reh, Maurice ist dabei, Sterzig, Tamina und Nils Bonhoeff von den Rocket Beans. Das ist eine ganz, ganz wilde Kombi. Da hast du aber was zusammengetrommelt. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Dann jetzt grüß den anderen Maurice und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020